Sanitäter dürfen Helme tragen, gell? Wir dürfen Helme tragen, die Feuerwehr zum Beispiel, die Feuerwehrhelme. Mhm. Aber du kannst ihn dir da hinten anfordern. Ich mach's sogar zum Beispiel ab sofort so, sobald mein Charakter einmal stirbt, mach ich schon sobald mein Flugzeugabschutz habe. Roleplay ist hier. Mach ich schon. So. Roleplay ist hier. Ja, das ist ja klar. Das bedeutet, wenn ich Flugzeugabschutz habe und sterbe dabei, bin ich tot. Ja, willst du hinten rennen? Was, wenn ich totgeschossen werde hier im Spiel? Bin ich einfach nur gelockt. Wo wollen sie hin? Krankenhaus. Hm. Welches Krankenhaus? Daniel, fahr bitte mal wieder zur Einsatzzentrale. Ja, ich muss... Oh, ich, äh... Nein. Brauchst du nicht. 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 Da oben. Da hoch, 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 hoch. Weiter, weiter. Geradeaus hoch. Geradeaus hoch. Stopp. Links. Da, wo das Kino ist. Links. Weißt du, hast du einen Links-Rechst-Schwäsch oder was? Da! Da! Dann musst du fahren. Kein Fliegen. Fahren. Ja, Daniel, ich mach grad uns noch hier bereiten und nach kommen wir direkt. Och. Spiel-Shit. Wir müssen dann beide uns noch ein Auto klauen. Also du musst noch ein Feuerwehr-Auto klauen und ich muss meinen Magen holen, okay? Daniel. Und hier gilt es, wenn wir einen Einsatz haben dürfen wir über rote Ampeln fahren. Du hast Krankenhaus gesagt. Ja. Ab die, Gillette. Daniel? Mhm. Hast du eventuell noch die GTA 5 Karte? Ja. Der, der mich gestern angeschrieben hat, dass ich Chat gucken soll, der hieß Gillette. Ab die irgendwas. Da, wo starte. GTA 5 Karte in deiner Hülle von deinem Spiel. GTA 5. Du hast doch safe GTA 5. Ja. Du hast doch safe GTA 5. Ja. Ich steig mal aus hier. Überm Pool. Ich hab sie. Justin. Ey. Weißt du was? Weißt? Justin. Domme. 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 Ja. Ich hab extra eine Karte von GTA 5 gekauft. Ich seh da überall wo die Hospitals sind. Ehe. 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 Hat doch einer auch diese Karte von GTA 5 in seinem Spiel gehabt? In seiner Spielehülle? Gib mir mal den 10. Oh nein. Yo. Bis später. Hab dich lieb. Gib mir den Taschenaschenbecher. Bitte. Ja. Ja. So Jungs. Dann geht mal einen schönen Spielschirm. Ich bin verstorben. Jo. Jetzt geht's los. So. Herzlich willkommen zu heutigen Episode GTA RP, meine lieben Freunde. Heute seht ihr Markus Vogel, wie er sich wieder aufbaut. Schaut gerne bei meinem lieben Kollegen vorbei, den ich jetzt gleich verlinken werde. Ehe. 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 Ähm, teste mal, ob du, äh, hier hochkommst, das Haus. Okay, super, dann stellen wir den jetzt immer hier ab. Warte mal ganz kurz, ich will dich erstmal verlinken. Sehe ich auf mein YouTube-Video. Ein Livestream. Oh, einen Moment bitte. Ich muss nicht in meine Glotzer holen. Meine Fan-Video. Okay, kann ich nicht beim Livestream oder was? Okay. 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 Ehm. Okay. Let's move on. Okay. Ah, nicht schlimm. Egal. Geht nicht. So. So. Jetzt fahren die hier mit den scheiß Gütern. So. 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 Warte nicht so schnell. Mein Auto hat keine Verbesserung. Meint, warum kam ich denn die Leute hier an? Warte nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ich wollte gerade sagen, du musst dir irgendwo links abbiegen gleich. Und ich fahr dir auch noch hinterher. Ich weiß nicht, ich muss mal klopfen. Perfekte Scheiße. Ich bin nicht so schnell. Schönen guten Abend, ich wollte einmal mein Auto anmelden. Ja, kann man das hier machen? Oder muss ich zu den Korps? Okay. Ich sehe das nicht. Bei mir ist alles in Ordnung. Haben Sie ein Augenproblem? Ich habe kein Problem. Werden Sie mal nicht recht hier. Den einzigen Kratzer, den ich hier sehe, ist hier an der Seite. Ich habe nur hier einen Kratzer. Ich glaube, sie haben ein Augenproblem. Was hat der? Ja, mache ich gleich. Warte, ich fahr mal kurz hinterher. Ah, Moment bitte. Ich möchte mal. Ich muss kurz umdrehen. Ich muss kurz umdrehen. Aber ich will das nicht bei den komischen Typen machen. Ich vertraue denen nicht. nicht mehr so schnell. Ich wünsche dir etwas. Ich wünsche euch das an. 6. 7. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 14. 14. 16. Der Herr, arbeiten Sie hier? Okay, weil ich fragen wollte, wo ich bezahlen muss. Ich habe einmal das Auto repariert. So, ich setze mal so ein Gefühl, 100 Dollar. Weil das so, das war nicht so dolle demoliert, aber es war schon ein bisschen, es hatte einen Kratzer. Den habe ich mir ausbeulen lassen. 100, okay. Hier, bitte schön. Hatte ich zum Glück da, äh, war dabei. Ich habe jetzt nicht mehr. So, dann, schönen Abend noch. Ich glaube, ich muss mein Auto nochmal reparieren. Nein, ich mache das schon, ich bin reich. Ach, egal. Wie viel kriegen Sie nicht jetzt? Ich hatte... Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nee, NPC Der wollte runter von dem Grundstück Und bleibt einfach vorm Zaun stehen Steckt außen drin weg Und mir ist ein anderer Vollidiot hinten reingerannt Ich weiß das nicht Ich muss mal ganz kurz ein Geschäft erledigen Ja, schönen guten Tag, ich bin's nochmal Ich wollte Sie fragen, Sie wollten ja Sich das Angebot alles nochmal überlegen Wollte ich jetzt fragen Nochmal Sind Sie denn so weit, dass Sie mir eine Antwort liefern können? Ok 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 Ja, wenn Sie Wenn Sie außer Dienst gehen, können Sie sich gerne bei mir melden Meine Nummer haben Sie ja jetzt Dann melden Sie sich, wenn Sie außer Dienst sind Dann können wir mal persönlich reden Ja Ja Tschüss So Kurz wegfliegen Wollte ich fragen, ob du mitkommen möchtest Bei Benni Ja, ich komme Aber versteck dich so an einer Gasse Wo Wo die mich nicht sehen Ja Ich muss noch mal ganz kurz Ach nee, warte Ich muss noch mal ganz kurz Ich muss noch mal ganz kurz Anhalt Ahnung Ich muss noch nicht Ich muss noch mal ganz kurz Wenn du nicht Ich muss noch mal ganz kurz Ach, du musst noch mal ganz kurz was Ich muss noch kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 So. Oh. Oh. Die Karre anmelden. Ja. Fahr einfach. Ich hol dich. Ich hol dich bald raus. Der hat echt. Ja. Ich hol dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Your car's great! 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 My car's great! Your 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 car! Your car's great! 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 Your car's great!